Hallo alle zusammen! Herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem Unpacking. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob dieses Video in die Öffentlichkeit landen wird, aber wenn ihr meine Worte jetzt hört, dann wisst ihr, das macht keinen Sinn. Okay, auf jeden Fall habe ich jetzt hier ein Medimops-Paket bekommen und hier sind keine Bücher drin. Ausdrücklich sage ich das keine Bücher und ich werde es, denke ich, auch definitiv in den Videotitel schreiben. Von daher weiß ich mich auch nicht, ob euch das interessiert und ich das Video hochladen werde, wenn da halt keine Bücher drin sind. Denn ich habe ja im Moment Buchkaufverbot und ja, dann darf man sich halt auch keine Bücher kaufen, ist ganz klar. Deswegen bin ich zu meiner anderen Leidenschaft übergegangen und habe mir DVDs bestellt. Ja und ich packe das jetzt einfach ganz normal Unpacking-mäßig aus und wem das halt nicht interessiert, dann schaltet er halt weg. Also, ach nö, es ist eingepackt. Schere. Luftpolsterfolie. Ich liebe Luftpolsterfolie. So. Und hier haben wir gleich was, weswegen ich eigentlich bestellt habe. Und auch, die sieht ein bisschen lädiert aus. Naja, egal. Und zwar habe ich bestellt wegen einer Serie. Einer Serie, deren erste Staffel ich jetzt geguckt habe und eigentlich wohlweislich, bevor ich überhaupt in der Hälfte war, gesagt habe, oh, ich glaube, ich will die zweite Staffel auch gleich gucken. Ja, und ich musste jetzt einen geschlagenen Tag noch warten, ohne dass ich weitergucken konnte. Und zwar geht es um die Serie Veronica Mars. Das hier ist jetzt die zweite Staffel und ich habe, ach scheiße, ich habe die Preise vergessen. Ach, was sind die hier irgendwo nochmal? Moment. Rechnung. Oh ja, sehr gut. Also, ich habe jetzt bezahlt für diese Serie 6,49 Euro. Ich meine, sie kostet bei Amazon im Moment 12, 13 Euro, irgendwie sowas. Ja, und, äh, ja. Könnt ihr das sehen? Die ist ramponiert. Äh, geht da das hier so? Naja, okay. Es geht ja eigentlich um die CDs innen drin und, ähm, solange ich die abspielen kann und angucken kann. Ich will die jetzt nicht rausfummeln. Ja, äh, ist mir das eigentlich Jacke wie Hose, weil ich das ja vermutlich jetzt nicht so oft durchgucken werde und dann steht es sowieso im Schrank und von daher, ja, habe ich auf jeden Fall die Hälfte gespart. Und, ja, das hat nämlich in der ersten Staffel ein bisschen gemein aufgehört. Und ich will jetzt unbedingt wissen, wer doch vor dieser Tür steht. Falls ihr die Serie kennt, wisst ihr bestimmt, was ich meine. Ja, und, äh, ich habe die nämlich vom lieben Gordon empfohlen bekommen und, ja, das war eine sehr gute Empfehlung. Und ich habe auch gleich gesagt bekommen, kauft ihr Staffel 3, weil hier ist ein mega, mega, mega Cliffhanger. Ja, werde ich dann wahrscheinlich auch demnächst tun. Und dann habe ich noch eine andere Serienstaffel bestellt und hat mich gekostet. 4,39 Euro, was echt günstig ist, wobei ich nicht weiß, wie es im Moment mit den Preisen ist. Bei DVDs geht es ja auch immer hoch und runter. Auf jeden Fall geht es hier um die erste Staffel von Desperate Housewives. Und zwar, der Tobi, der liebt die Serie ja auch. Und, ähm, irgendwie hatte, das ist schon ewig her, haben wir uns darüber unterhalten. Und er hatte dann mal in einem Video, war so diese komplette Serie, hat man so im Hintergrund gesehen. Und ich habe die Serie immer auf ProSieben geguckt und ich habe sie geliebt. Und ich wollte sowieso immer irgendwann mal diese ganze Serie haben. Und dachte mir, ich kann sie mir jetzt mal peu à peu zulegen, weil wenn man sich so eine ganze Serie kauft, ist man ja wirklich arm danach. Und wie gesagt, für 4,39 Euro kann ich echt nicht meckern. Da sind ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs von diesen Discdingern drin, 23 Episoden. Ja. Und, okay, dieser Umkarton ist halt auch schon, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann in der Kamera, ist halt auch schon etwas abgegrabbelt. Aber, das stört mich jetzt nicht so, weil es ja um die CDs drin geht. Und ich hoffe mal, dass Medimops das auch überprüft, dass das alles läuft. Ansonsten werde ich mich dann so, keine Ahnung, wenn ich jetzt gucke, beschweren. Ja. Dann habe ich noch vier Filme bestellt. Und einmal einer, und ich möchte bitte nicht ausgelacht werden dafür. Die Eisprinzessin. Und zwar ist das mit, ich glaube, Michelle Trachtenberg, so heißt sie. Die kenne ich nämlich aus Gossip Girl. Und das ist so ein Disney-Teenie-Movie mit Eiskunstlauf. Und ich liebe Eiskunstlauf. Ich finde das so, so schön. Und ich denke immer so, oh, wenn ich eine Tochter habe, ich werde die dazu verdonnern, dass sie das macht, weil ich das so hübsch finde. Ja. Und deswegen wollte ich den einfach mal haben, weil das so ein Teenie-Film ist. Und ich stehe total auf Teenie-Filme. Und ich mag die Schauspielerin und Eiskunstlauf, wie gesagt. Kann man ja eigentlich nichts falsch machen. Oder Eisprinzessin. Habe ich Eisprinzessin gesagt? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat der 3,79 Euro gekostet. Und noch ein Grund, warum ich bei Medimops bestellt habe, ist, dass ich bei meiner letzten Bestellung ein Mengenexemplar hatte. Und darüber habe ich mich ziemlich aufgeregt. Und hatte die dann angeschrieben. Und die haben mir einen 3-Euro-Gutschein dafür gegeben. Und dann dachte ich mir, bevor der irgendwie verfällt oder sonst was, löse ich das mal ein. Dann habe ich mir bestellt, einfach um meine Sammlung sozusagen zu vervollständigen. Hangover Teil 3. Ersten und Zweiten habe ich. Ich habe den dritten auch im Kino gesehen. Muss sagen, ich finde das ist der Schwächste. Also ich fand den teilweise ziemlich derb. Und irgendwie... Ja. Da ist so eine Szene mit einer Giraffe. Und ich liebe Giraffen. Ich bin der totale Giraffen-Fan. Und in dieser Szene dachte ich mir nur so, boah, du Piep. Ja. Das fand ich nicht so toll. Aber wie gesagt, das ist bei DVDs genauso wie bei Büchern. Wenn ich da so eine angefangene Reihe Trilogie habe, dann muss ich die auch zu Ende machen. Und dann, ja. Habe ich dafür 3,99 Euro bezahlt. Dafür kann man echt nicht meckern. Und ja. CD ist drin. Ich denke, dass die auch abspielbar ist. Der ist ja noch nicht sooo alt. Aber wie gesagt, ich mag den ersten Teil eigentlich am liebsten. Der zweite war irgendwie nochmal eine Neuauflage vom ersten. Und den dritten fand ich dann irgendwie so... Der war dann immer so gone to meins. Und dann habe ich mir bestellt. Ich bin im Moment total in so Musical-Fever. Ich habe mich mit der Fanny von Scherbenschreiberin auch darüber ausgetauscht. Und auch gerade über Teenie-Musical-Filme und sowas. Und ja, dann habe ich mich bei YouTube durchgeklickt und ganz viel Musik da gehört. Und ja, dann hatte ich irgendwie so den Flash, ich muss jetzt Musical-DVD-Filme mir besorgen. Und habe mir auf Anraten einer Freundin Hairspray gekauft. Und ja, was ich ja sehr, sehr lustig finde, ist, dass John Travolta, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, da... Eine Frau spielt in diesem Film. Und das finde ich so lustig. Und was ist denn das eigentlich? Sind das 50er Jahre? 60er Jahre? 1962 spielt dieser Film, ist natürlich nicht gedreht worden, aber spielt dieser Film. Ist auch mit Zach Efrem, wie ich hier hinten gerade sehe. Können wir den sehen? Da? Ähm, ja. Und ist halt irgendwie so eine gute Laune-Kaubonbon-Party-Blabla, was auch immer. Auf jeden Fall kenne ich den Film gar nicht. Es gibt davon ja tatsächlich auch eine Musical-Aufführung. Das habe ich auch schon mal... Hairspray habe ich schon mal gehört. Es gibt doch, glaube ich, noch Hair. Aber das ist nicht das Gleiche, oder? Verbessert mich, wenn ich da falsch liege. Auf jeden Fall wollte ich das unbedingt sehen. Und den habe ich gekauft für 2,99 Euro. Und ja, freue ich mich schon sehr drauf. Sieht ja alles sehr lustig aus. Ich bin ja auch der Meinung, dass ich in der falschen Zeit geboren bin. Also ich... Mein Herz gehört so in die 50er, 60er Jahre. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Genau. Ja, das ist dieser Film. Und dann habe ich mir noch einen Musical-Film... Ja, ist das ein Musical? Ich denke schon bestellt. Das auch schon etwas älter ist. Was heißt etwas älter? Weiß ich jetzt gar nicht. Der ist natürlich zugeklebt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Wie bin ich denn darauf gestoßen? Kennt jemand die Serie Glee? Und... Also wenn jemand Glee kennt, die covern ja immer so... Ja, Songs von egal was. Und da war so ein Lied, was aus diesem Musical stammte. Und das habe ich dann gegoogelt. Und dann habe ich mir das Original angeguckt und dachte so... Was? Catherine Zeta-Jones und Renee Zellweger, die ich beide sehr interessant finde in der Kombination, haben einen Musical-Film auch gedreht. Und ich glaube, es ist auch ein Original-Musical, was dann verdreht... verdreht... verdreht wurde? Verfilmt wurde? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich mir Chicago geholt. mit Richard Gere, den ich nicht so ganz so dolle finde, aber... ja. Auch ein Musical-Film. Ich habe keine, keine Ahnung, worum es geht. Ich kenne nur diesen Cell Block Tango. Dieses eine Lied daraus. Und das fand ich voll faszinierend. Und dann dachte ich mir, ich musste den Film gucken. Ja. Und dafür habe ich bezahlt 4,09 Euro. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Der Film ist mit 6 Oscars ausgezeichnet worden. Wo ich mir so denke, wieso kenne ich den dann überhaupt nicht? Ja. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich hoffe auf gute Musik, gute Show-Einlagen und freue mich sehr darauf. Ja. Das war meine Bestellung. Einmal etwas anderes. Etwas ohne Bücher. Wenn ihr auch irgendwie einen Film davon kennt oder so, dann würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir dazu eure Meinung in den Kommentaren hinterlasst. Ja. Und... Gut. Das war es eigentlich von diesem Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.